Wir machen, dass wir da an den Schaltschrank gehen oder dass wir an irgendwelchen Schilderkästen gehen und sich da einfach Zuglaufschilder rausnehmen. Das ist Diebstahl, nix anderes. Und auch wenn manche, aber ich habe nur ein Schild genommen, nur ein Schild. Leute, das ist Diebstahl. Punkt, aus, Ende. Und wenn jeder nur ein Schild nimmt, dann sind halt irgendwann keine Schilder mehr da. Ja, Schilder, ich mache gleich auch mal was Schilder. Schilder auf dem Brett draußen. Ich hau gar nicht auf dem Brett drauf. Ja, beziehungsweise das fällt halt auch dem Bahnpersonal auf. Ein Schild. Leute, das ist Diebstahl. Nix anderes. Aus, Ende. Ja, und auch wenn manche, aber ich habe nur ein Schild genommen, nur ein Schild. Leute, das ist Diebstahl. Punkt, aus, Ende. Ja, und wenn jeder nur ein Schild nimmt, dann sind halt irgendwann keine Schilder mehr da. Beziehungsweise das fällt halt auch dem Bahnpersonal auf. Ja, und da geht es gar nicht darum, dass ihr auf frischer Tat ertappt werdet, sondern da geht es darum, dass, ja, Lokführer oder Zugbegleiter gehen ja mal durch den Zug durch und dann sehen die, da fehlt ein Zuglaufschild, hier fehlt ein Zuglaufschild. Ja, und dann machen die die Schilderkästen auf und sehen, da fehlt das, das, das. Ja. Ja, dass die dann irgendwann echt, ja, einfach aggro werden gegen Eisenbahnfans, ist irgendwo nachvollziehbar. Ja, weil es kann ja nicht sein, dass wir Eisenbahnfans in Baden-Württemberg nur Probleme bereiten.